Seit gestern gibt es das neue Bürgerforum Vorarlberg, auch als App. Was sagen Sie dazu? Ich finde es gut, wenn die Bevölkerung zu gewissen Sachen aus Stellungnahme abgärter darf oder kann, die Möglichkeit hat und eine Plattform dafür geschaffen wird. Also ich finde das eine gute Einrichtung. Ja, also ich finde das eine ziemlich gute Idee, dass wir mal die höheren Gewalten da mitkriegen, was man verbessern könnte in der Umgebung und so. Das ist sicher was Lässiges. Das ist echt lässig, weil wenn man den Bürgermeister anruft, dann bringt das eh nichts und so kann man was bewirken. Also ich finde es super, weil so kann man über wirklich wichtige Sachen diskutieren und nicht immer noch über so einen Blödsinn, wo man sich eine Meinung äußern kann und ich finde es super. Der Meinung schließe mir ehrlich gesagt auch. Sie hat es genau richtig formuliert, ich finde es auch super. Und dass es einfach mal was anderes da ist und dass es sich wirklich was ändert in dieser Hinsicht. Und ja, ich finde es auch super. Ich finde es ist eine gute Sache, dass die Bürger eine Möglichkeit haben, die Sache irgendwo mitzuteilen, dass man sich mal irgendwo Gehör verschaffen kann und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt, vielleicht bringt es auch etwas. Ich finde es eine super Idee, dass man wirklich einmal sich leid klagen kann und man was dagegen tut. Also ich finde es super.